Ich bin froh, dass du diese Wiedergabeliste gefunden hast und hoffe, dass die folgenden Videos dir bei der Beantwortung deiner Frage helfen können. Stomana Egal, ob sie eine Stoma-Autoimmunerkrankung oder eine unsichtbare Krankheit haben oder nur daran interessiert sind, etwas über das Thema herauszufinden. Schauen Sie sich einige der besten YouTube-Videos an, die ich von echten Menschen mit einer echten Geschichte gefunden habe, die positiv sind und anderen helfen wollen in unserer Gemeinde. Besuchen Sie meinen eigenen Stomana-Kanal, um genau das zu erfahren. Dort finden Sie auch Tipps und Informationen zum Leben mit Stoma und Morbus Kron. Sie können dieses Video jederzeit anhalten und abonnieren. Klicken Sie auf die Informationskarte oben oder auf den Link in der Beschreibung unten, um diese Wiedergabeliste anzuzeigen. Andernfalls warten Sie nur 5 Sekunden und sie werden automatisch abgespielt. Ich hoffe, Sie finden diese Videos nützlich.